Jetzt dräng dich mal an. Das wäre doch gelacht, wenn man da nicht größtens eins für einen kriegt. Ja, so langsamer Tränger. Was schlimm ist, wenn wir das Bild verprenzen? Sonst haben wir es nur in Städter. Was irgendwie leise sein lief. Mach er nicht hier unten. Die Hüte ist ganz schlecht. 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 Den wir jetzt haben. Kommt noch! Kommt noch! Ich weiß eigentlich noch, wo jemand kommt oder macht? Nicht genug weiß ich noch, ja. Das mache ich einfach mal, oder? Na? Ich werde mich auch einfach mal dazu sagen. Das Problem ist so, der Isis vom Auto denkt nicht mal in der Luft, dass er abstürzen möchte, weil er sich schwer ist. Ja, pflicht Ottos Isis da. Ich würde sagen, leichter Aussetzer, was? Du bist bei mir angekommen, ne? Ich bin nicht so weit weg, dann habe ich wenigstens ziemlich was im... ... und jetzt habe ich alles gern, ich glaube ich nicht, dass er sich auf das Stief getrennt. Dann sind aber auch ganz gerade voll so während des vier. Also, ich hoffe ich, das Gaszeit braucht, wenn ich so halb gefüllt ... und dann habe ich die Karte zu befallen. Da, ich bin nicht in der Haus. Also, ich bin nicht in der Haube, aber die Fahrräche ist so... ... und die Fahrräche ist so gut. Untertitelung des ZDF, 2020